Hallo und Willkommen zu einer neuen Ausgabe Tacheles vor der E3. Alter, ich muss echt zum Friseur. Ein bisschen verspätet, weil ich verplant habe, das Video rechtzeitig aufzunehmen. Deswegen kommt es erst heute, wo heute Abend die Pressekonferenzen schon kommen. Beziehungsweise, falls ihr das Video später seht, sind die Pressekonferenzen schon vorbei. Dafür könnt ihr aber dann später in den Kommentaren sagen, aha, du hattest unrecht. Worum geht es in diesem Video? Ich möchte meine Träume, Wünsche und Hoffnungen, was so an der E3 angekündigt wird, beziehungsweise dann nicht angekündigt wird, zu Video tragen. Angefangen mit Sony. Da gibt es ja eigentlich nur ein Ding, was sie wirklich machen müssen. Zeigt die verdammte Konsole. Ein paar Spiele wären dann auch nicht schlecht. Ich meine Killzone ist zwar schön und gut, aber den Rest, den die gezeigt haben, meh. Ansonsten wäre es auch mal interessant zu wissen, wie Sony es mit Gebrauchtsspielen hält. Microsoft hat da jetzt diese Geschichte, dass man Lizenzen extra nochmal dazu kaufen muss, wenn man gebrauchte Spiele installieren will. Aber Sony? Wenn sie es nicht hätten, warum haben sie es dann nicht direkt nach der Microsoft-Pressekonferenz unter die Nase kriegen? Wir erlauben Gebrauchtsspiele. Bei uns müsst ihr nicht irgendwelche Lizenzen bezahlen. Ihr könnt einfach alle Spiele spielen, wie ihr lustig seid. Gibt ja irgendwie zu denken. Jetzt nochmal ernsthaft, was erwarte ich mir von Sony? Natürlich, dass sie erstmal die Konsole zeigen. Dann vielleicht noch ein bisschen was zu spielen, weil sie nicht in Uncharted halt irgendeinen wirklichen Grund, die Konsole mal zu kaufen. Dann noch vielleicht ein bisschen was zu der technischen Geschichte. Wie funktioniert das mit dem Videos auf dem bei YouTube hochladen? Wie kann man da editieren, machen, tun? Das wäre natürlich interessant, weil wenn ich das trotzdem dann auch auf den Rechner ziehen und bearbeiten muss, würde mir das nicht viel helfen. Dann natürlich noch die Fremdspiel-Funktion. Ist das kostenlos? Kann man dann einfach auf einer Konsole God of War 4 anschmeißen, während ich dann God of War 4 spiele? Wäre auch interessant. Vielleicht wollen sie dafür ja auch Geld haben. Und ansonsten lasse ich mich einfach mal überraschen. Ich denke, da wird schon ein bisschen was auch anzukommen. Als nächstes dann Microsoft. Was erwarte ich mir von Microsoft? Ganz groß. Spiele. Sie haben ja angekündigt auf der Microsoft One-Konferenz, wir zeigen nur die Konsole und erstmal nichts anderes. Haben dann den riesen Shitstorm abgekriegt. Und jetzt auf der E3 hoffe ich dann, dass sie quasi die Kurve kriegen. Also nicht die Kurve kriegen, sondern jetzt endlich mal richtig ein Spiel nach dem anderen rausballern. Halo 5, nicht nur so eine doofe Serie. Forza ist ja schon angekündigt, aber dazu dann mehr. Crackdown 3, habe ich gehört, soll kommen. Also da können die ordentlich richtig rausballern. Und das, was sie bei der ersten Konferenz an gutem Willen verloren haben, indem sie nur die Konsole gezeigt haben, dann ordentlich wieder was reinholen. Es werden natürlich, da wird man wohl nicht drum hinkommen, eine Menge an Kinect-Spaß und Casual-Spiele kommen. Aber vielleicht sind die ja dank dem neuen Kinect jetzt auch besser. Wie gesagt, ich will mir da noch keine Meinung zu bilden. Ich lasse mich lieber überraschen. Nintendo. Warum machen die eigentlich keine Pressekonferenz? Na gut, sie machen eine Nintendo Mega Direct, also quasi eine Pressekonferenz ohne Publikum. Es wird aber trotzdem live geschrieben, deswegen bin ich gespannt, was da kommt. Vermutlich wollen sie jetzt die Wii pushen, beziehungsweise das hoffe ich mir, weil die Konsole ist ja nicht so gut angekommen und es gibt auch quasi nichts. Ich spiele zwar immer noch gerne Monster-Anteil, aber das ist halt wie gesagt auch nur ein Spiel. Soll denn der Super Smash Bros. Brawl-Trailer gezeigt werden? Auf jeden Fall. Dann vielleicht noch was zu einem 3D-Mario. Ähm, vielleicht Zelda Wind Waker, das neue. Und natürlich Pikmin. Dann vielleicht noch eine Menge 3DS. Ich meine, da kommt ja Pokémon, da kommt alles Mögliche. Aber dem geht es ja eigentlich mittlerweile besser. Deswegen hoffe ich, dass sie dann nicht allzu viel machen, sondern sich lieber auf die Wii U konzentrieren, weil da liegt noch ordentlich Potenzial begraben. Pokémon Snap 2 mit diesem Ding. Es ist eine verfluchte Kamera. Macht es endlich! Dann gibt es natürlich noch die ganzen anderen Publisher, sowas wie EA, die mit FIFA und den ganz anderen Sportspielen daherkommen. Ubisoft wird vermutlich Rayman Legends zeigen, das dann jetzt doch endlich irgendwann mal rauskommen soll. Und ansonsten möchte ich euch einfach noch auf den Weg geben. Geht da ohne Erwartung ran. Ich habe zwar jetzt gesagt, was ich gerne hätte, das heißt aber nicht, dass ich auch erwarte, dass es kommt. Ich erwarte einfach nichts. Es wird alles scheiße. Denn wenn ich riesige Erwartungen habe und dann kommt es nichts, dann sitze ich hier so. Aber wenn ich denke, es kommt alles scheiße und am Ende ist alles geil, dann sitze ich hier. Was erwartet ihr eigentlich so von der E3? Schreibt es in die Kommentare, auf was ihr euch so freut, was ihr erwartet, was ihr hofft, das kommt. Und diskutiert ein bisschen darüber. Wir sehen uns dann nach der E3 mit neun Tachen des Ausgaben zu den nationalen Pressekonferenzen. Macht's gut, bis dann. Ciao! 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 Ciao!